Es überrascht mich, dass ihr nichts dagegen habt, an der Seite einer Frau zu kämpfen, Bulle. Soweit ich weiß, kämpfen bei den Kunari keine Frauen. Wenn eine Kunari wirklich kämpfen will und eine Begabung dafür hat, wird sie ein Akun Athlok. Der Akun Athlok schließt sich den Kriegern an und wird wie ein Mann behandelt. Im Grunde genommen wird er zu einem Mann. Aber rein körperlich wird sie doch wohl nicht männlich. Das ist unwichtig. Unter dem Kun zählt nur die Rolle, die man erfüllt. Heißt das, ihr betrachtet mich als Mann? Das hängt davon ab, mit oder ohne eure Rüstung. Jo, und damit herzlich willkommen zurück bei Dragon Age. Hier in Redcliffe, im Dorf Redcliffe. Um genau zu sein. Und wir gehen heute mal direkt hier zur lachenden Möwe. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Immerhin soll da ja die oberste Zauberin oder Gelehrte sein jetzt hier aus dem ganzen Dorf quasi oder von den ganzen Zauberern. Mabari. Hunde sind ein essentieller Ohr, das ging aber schnell. Da konnte ich noch nichts mehr machen. Ja, jedenfalls müssen wir hier mit der reden. Ich denke mal, es wird jetzt auch direkt in eine Cutscene übergehen. Es wird endlich wieder spannend. Ja, da seht ihr mal, wie lange so eine Ladezeit wirklich ist, einfach. Ich schneide die ja größtenteils raus. So. Willkommen, Vertreter der Inquisition. Hm, sind wir direkt ehrlich, oder? Spart euch das Getue. Ihr wisst, warum wir hier sind. Ihr hattet den weiten Weg nach Valroyo auf euch genommen, nur um uns einzuladen. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Valroyo war, war noch vor dem Konklave. Wenn nicht ihr mich hierher eingeladen habt, wer war es dann? Ich... Ich weiß es nicht. Aber nun, da ihr es sagt, kommt es mir seltsam vor. Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Na bitte. Man kann Magiern eben einfach nicht trauen. Ein Bündnis mit Tevinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Cedars gegen euch wenden wird? Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Hm. Was ist mit diesem riesigen Loch im Schleier, das überall Dämonen ausspuckt? Wollt ihr einfach so tun, als wäre es nicht da? Ich habe die Bresche nicht vergessen. Aber wir können nicht mehrere Kriege gleichzeitig führen. Und die Bedrohung durch die Templer hatte Vorrang. Um uns mit dem zerrissenen Schleier befassen zu können, müssen wir zunächst mal überleben. Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also der Überlebende, richtig? Derjenige aus dem Nichts. Interessant. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Die Großverzauberin hat mir erzählt, sie sei einem Magister verpflichtet. Unsere Brüder und Schwestern aus dem Süden besitzen im Reich keinen rechtlichen Status. Da sie nicht als Bürger Tevinters geboren wurden, müssen sie über einen Zeitraum von zehn Jahren dienen, bevor sie sämtliche Rechte erhalten. Und als ihr Schutzherr ist es an mir, ihren Dienst für das Reich zu überwachen. Mir ist nicht ganz klar, wann genau ihr diese Vereinbarung mit Fiona getroffen habt. Als das Konklave ausgelöscht wurde, sahen sich diese armen Seelen der Grausamkeit der Templer ausgeliefert, die sie unverzüglich angreifen wollten. Es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, dass ich genau im rechten Moment eingetroffen bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, der beeinflusst die doch. Der hat die doch verzaubert. Die weiß jetzt nicht mehr, dass sie uns hierher gerufen hat. Ich habe hier weder den Arl von Redcliffe noch einen seiner Männer gesehen. Der Arl von Redcliffe hat das Dorf verlassen. Arl Teagan hat seine Ländereien nicht einmal verlassen, als sie während der Verderbnis unter Belagerung standen. Es kam zu wachsenden Spannungen. Ich wollte nicht, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Ich bin hier, weil ich Magier brauche, um die Bresche zu schließen. Ihr kommt also direkt zur Sache. Das verstehe ich natürlich. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Heißt das, ihr überlasst uns eure Magier für diese Aufgabe? Nun, dann werden wir... Felix? Es tut mir so leid, mein Lord. Bitte vergebt mir. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm, holen wir dir deine Arzneim. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Strange. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Mhm. Ich will dem nachgehen. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Die Krähen und Königin Madrigal, die erste Krähe, weigerte sich auch dann noch zu sprechen, als wir ihm heiße Kohlen auf die Fußsohlen legten und ihm mit einem Schälmesser die Haut vom Gesicht und den Händen abzogen. Er entschied sich stattdessen dafür, sich selbst die Zunge abzubeißen und an seinem Blut zu ersticken. Der zweite Gefangene wiederholte nur, was wir bereits wussten, dass Königin Madrigal auf die Jagd gegangen war und den abendlichen Feierlichkeiten nicht beigemohnt hatte. Ihr Leichnam wurde später durch Bord von vier Stahlschwertern aufgefunden. Ich fragte die Krähe, was er mir darüber erzählen könne. Er wusste, dass eines der Schwerter eine Nachbildung von Hesarians Schwert der Gnade war. Er wusste nichts darüber oder behauptete es zumindest. Er starb später auf der Streckbank mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Der dritten Krähe muss bewusst gewesen sein, dass er den Kerker nicht lebend verlassen würde. Er schien zu hoffen, es würde ihm einen schnellen Tod einbringen, wenn er Meister Fiora verärgerte. Die Krähe stellte unsere Geduld mit markigen Worten auf die Probe. Während Meister Fiora versuchte, seine Arbeit zu machen. Einmal machte er eine Bemerkung über Fioras Mutter, die ich hier nicht wiederholen werde. Aber ich gebe zu, dass ich Bewunderung für seine Fähigkeit empfand, trotz seiner enormen Qualen in Zusammenhängen den Sätzen zu sprechen und sich sogar ein wenig Witz zu bewahren. Unter all dem sinnlosen Gerede erwähnte diese dritte Krähe etwas Wichtiges, dass seine Gilde einen Ruf zu wahren habe. Sie ist unbarmherzig, effizient und diskret. Wie sollte sie diese Renommee aufrechterhalten können, wenn ihre Angehörigen die Namen ihrer Auftraggeber schon bei etwas derart banalem wie Folter preisgeben würden? Das gab mir zu denken, weshalb ich die Prozedur unterbrechen ließ. Nachdem ich kurz nachgedacht hatte, stach ich dem Mann einen Dolch ins Herz und ließ die vierte und fünfte gefangene Krähe frei. Wenn wir ein Geständnis von ihnen wollen, werden wir es ihnen nicht durch Schmerzen entlocken. Ich empfehle deshalb, unsere Vorgehensweise zu ändern. Ein Bericht von Hauptmann Aristide, der den Auftrag hatte, die Ermordung von Königin Matrigal von Antivia zu untersuchen. Interessant. Die Inquisition, ha? Bei der Heiligen Andraste, ich wünschte ihr wertvoller Einkommen. Von diesen Tevinteranern kriege ich immer so ein fieses Jucken in den Schulterblättern. Ihr seid über dieses neue Bündnis nicht glücklich. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kerlen. Sie sind nicht wie wir. Magie hin oder her. Ich umgebe mich lieber mit anständigen Leuten, als mit Magistern gemeinsame Sache zu machen. Wie kam es dazu, dass sich die Großverzorberin auf eine Zusammenarbeit mit Tevinter eingelassen hat? Wir bereiteten uns gerade auf den Angriff der Templer vor, als wir unglücklich einen Magister als Verbündeten hatten. Es war eine glückliche Fügung, die uns einen Vorteil verschaffte. In gewisser Weise. Aber wir kamen vom Regen in die Traufe. Wer seid ihr? Mein Name ist Telvin. Ich komme aus dem Zirkel der Magie in Osprey. Ich war dort seit mit zehn Jahren die Magie in mir erwacht ist. Ich hatte drei Mahlzeiten am Tag, eine erstklassige Ausbildung und ein Dach über dem Kopf. Solange man keine Dämonen beschwört, lässt es sich in einem Magiaturm wirklich gut leben. Wenn ihr im Zirkel glücklich wart, warum seid ihr dann hier bei den Aufständischen? Wir sind jetzt alle Aufständische. Dafür hat die Abstimmung gesorgt. Die Mehrheit wollte die Zirkel auflösen. Wir anderen sind entweder mit ihnen gegangen oder wurden fortgeschickt. Ich dachte, mit meinen Magierkollegen wäre ich besser dran, als auf mich allein gestellt. Lebt wohl. Ihr solltet vorsichtig sein. Die Teventeraner sind vermutlich nicht glücklich darüber, dass ihr hier Fragen stellt. Ja, scheint so. Das stimmt, aber... Das gedämpfte Flüstern. Hä? Ähm... Ja, okay, das ist dann einfach da raus, zeigt das. Aber... Ach, aus dem Weg, Leute. Ja, wir haben ja auch diese Nachricht zugeschoben bekommen. Die Auflösung in Darismuit. Als wir von dem Unrecht hörten, dass unseren Brüdern und Schwestern im Weißenturm dem Zirkel der Magie in Valroyo widerfahren war, fürchtete ich, was kommen würde. Unser Zirkel in Dilesmond ist klein und abgelegen. Er dient hauptsächlich als Fassade, um die Kirche zufriedenzustellen. Als sich die anderen Zirkel erhoben, schickte die Kirchesucher von Eisley aus über die Bucht, um Nachforschungen anzustellen. Sie fanden uns im Kreise unserer Familien vor, wie wir Magierinnen in der Tradition der Seherinnen ausbildeten und brandmarkten uns als Abtrünnige. Sie dachten vermutlich, wir wären rückgratlose Robenträger, die man mit ein wenig Blutvergießen einschüchtern könnte. Doch bevor ich erste Verzauberin wurde, war ich die Tochter von Kapitän Revo, ein Mitglied der Felicis Man Amada. Ich weiß, wie man eine Schlacht plant. Sie hatte eine kleine Armee von Templern bei sich. Wir kämpften und vielleicht hätten wir auch gewonnen, hätten sie sich nicht auf das Recht der Auflösung berufen, begleitet von all der erbarmungslosen Grausamkeit, die es ihnen gestattet. Es ist ihr Recht, schreiende Schüler dem Schwer zu überantworten, unsere Verderbten, Bibliotheken niederzubrennen. Unersetzliche Artefakte unter ihren Stiefeln zu zermalen, die Mauern unserer Zuhause niederzureißen und kein Magier hat das Recht, sich dem zu widersetzen. Wir Magier des Zirkels von Dias Moit warten nun geschützt hinter Barrikaden. Ich habe unseren Brüdern und Schwestern Nachricht von diesem Frevel gesandt. Wenn die Templer durchbrechen, werden nicht nur wir den Tod finden. Der letzte Eintrag im Tagebuch der ersten Verzauberin Rivella, die im Jahre 49, das Zeit, als das Drachen in Dias Mund erschlagen wurde. Seher und das Altsmet 23. Verwendes Als ich mich auf den Weg in die Hauptstadt Riveins machte, hatte ich nicht erwartet, mich letztendlich inmitten eines provinziellen kleinen Festes wiederzufinden. Die Straßen sind überfüllt mit Fischern und Bauern, die aus den ländlichen Gebieten zusammenströmen und offenbar bringt das Landleben erbitterte Feindschaften hervor. Ich wurde Zeuge mehr als einer Schlägerei, die auf dem Platz vor der Taverne ausbrach und was sie hier als Musik bezeichnen. Der Wein allerdings ist exzellent. Er muss aus Antivia kommen. 24. Verwendes Das Abkommen ist unterzeichnet. Der Kaufmann trug zwar mehr Schmuck auf dem Kopf als olesianische Frauen an den Fingern, aber wer bereit ist, mir Seide zu einem solchen Preis zu verkaufen, kann sich von mir aus kleiden, wie er will. Sabol, der den Titel Anna Aen trägt, ist ein liebenswerter Zeitgenosse. Er hat angeboten, mir heute Abend das Altsmet zu zeigen. Offenbar reisen die Oberhäupter der Dörfer, Heckenzauberer, die als Seher bezeichnet werden, zweimal im Jahr nach Dias Moit, um sich zu beraten, Handelsabkommen zu schließen und der Königin Rivians öffentlich ihre Treue zu schwören. Während des Altsmet getroffene Vereinbarungen gelten als besonders verheißungsvoll. Sabol hat mich davor gewarnt, dass es immer wieder Heißsporne gibt, die versuchen, alte Feinde auf ihre Weise beizulegen. Bevor die Seher hier ein bindendes Urteil fällen. Aber es gibt auch Festmale, überschwängliche Schenkungszeremonien, musikalische Wettbewerbe und andere ländlichen Unsinn. Das alles erklärt, warum sich der Pöbel hier zusammenfindet. Und es könnte womöglich ganz amüsant sein, ein wenig an diesem Treiben teilzuhaben. Gerade eben wurde ich auf dem Platz Zeuge eines lautstarken öffentlichen Schlagabtauschs zwischen zwei Männern. Die versuchten, sich gegenseitig mit absurden Prahlereien zu überbieten. Der dreisteste Lügner wurde anschließend von der Menge mit Beifall bedacht und mit Kränzen geschmückt. Die Rivainer sind wirklich lebhaft. Das muss man ihnen lassen. Außerdem haben sie nicht die geringste Scheu davor, mit einem Teventerianer zu trinken. Ha! So ein dämlicher Bauer hat versucht, mir zu drohen, nachdem ich beim Festmahl gegen ihn gestolpert bin. Er war nur ein klein wenig Feuer, es war nur ein klein wenig Feuer nötig, um ihm den Mut zu nehmen. Und es hatte die Damen beeindruckt. Welche aufgeklärte Einstellung. Hier gibt es wirklich fantastische, wunderschöne Tänzerinnen. Ich darf nicht vergessen, beim Wirt noch ein paar Flaschen von diesem Wein zu kaufen. Das Etikett war blau. 26. Verwendes Ich muss rausfinden, wer da neben mir schläft. Außerdem muss ich nächstes Jahr mehr Roben mitnehmen. Aus dem Tagebuch von Beskorus aus Byrantium. 9,32 Zeitalters der Drachen. Okay. Uuuh. Lass mich durch, verdammt. Hier, irgendwie sieht es aus wie eine Tür ist, aber nicht? Und in der waren wir ja schon hier, ne? Naja. Alles easy. Okay, dann schauen wir mal. Was es jetzt damit auf sich hat. Wir gehen mal in die Kirche. Alles klar. Also habt ihr viel Zeit mit toten Leuten verbracht? Mit Leichen? Wow. Als Neverama zollen wir den Verstorbenen in Familiengrüften unseren Respekt. Ihr zollt ihnen also Respekt? Und wie? Richtet ihr sie schön her und zieht ihnen hübsche Kleider an und so? Es ist nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Das klingt wie ein großes, totes Puppenhaus. Und Puppenhäuser sind schon unheimlich genug. Nun, jetzt wisst ihr es jedenfalls. Ja, was setzt denn mit dir auf sich? Es heißt, Andraste habe euch gesandt, um die Welt zu retten. Wenn es hilft, Leben zu retten und Frieden zu schaffen, werde ich die Erste sein, die daran glaubt. Es interessiert mich nicht, was ihr glaubt. Gut. Dann wird euch die Bewunderung Tausender ja vielleicht nicht zu Kopfe steigen. Der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. Okay. Das hat sie als Antwort gesagt. Arbeitet ihr für die aufständischen Magier? Magier sind nicht weniger die Kinder des Erbauers als der Rest von uns. Sie plagen sich ebenso mit Glaubensfragen wie jeder andere auch. Heißt das, ihr unterstützt ihren Wunsch nach Freiheit? Als sie die Wahl zwischen dem Zirpel und dem Tod hatten, gaben die meisten Magier bereitwillig kleine Freiheiten zugunsten ihrer Sicherheit auf. Aber das Blatt hat sich gewendet. Und nun scheint es, als wäre jegliche Einschränkung zu viel verlangt. Ich denke, sie sollten die Chance erhalten, zu beweisen, dass sie die Freiheit verdienen. Ich kann im Dorf keine anderen Priester sehen. Wo sind denn alle? Der Magister ließ die anderen hinaus begleiten, zu ihrer eigenen Sicherheit. Doch ich weigerte mich. Er wird mich schon rauswerfen müssen. Bis dahin kümmere ich mich um meine Schäfchen. Was haltet ihr davon, dass die Magier mit Tevintha zusammenarbeiten? Das Reich hat Andraste verbrannt. Und wir haben seitdem vier erhabene Märsche gegen die Tevinteraner ausgerufen. Bei all diesen Märschen war es jedoch so, dass sie noch immer an den Erbauer geglaubt haben. Wenn ich jetzt von ihm spreche, lachen die Magister nur. Irgendetwas ist geschehen. Und ich fürchte mich davor herauszufinden, was es sein könnte. Ich überlasse euch dann wieder euren Aufgaben. Der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. Die Dorfkirche. Da sind wir endlich angekommen. Bulletproof, this time, baby. Gut, da seid ihr endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Okay. Natürlich. Gar kein Thema. Noch einer. Wow, den hat es aber ganz schön erledigt. Ja, okay, die zerfallen mir echt wie nichts. Alle down. Und weg mit dem Riss. Bäm. Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ihr wisst es nicht einmal richtig? Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Wer seid ihr? Oh, ich hab wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlicher weisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Hm. Hört auf, so zu reden, als würdet ihr auf Beifall warten. Sagt mir einfach, was los ist. Was denn? Kein Beifall? Na schön. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft. Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Hm. Er hat es so eingerichtet, dass er direkt nach dem Tod der Göttlichen hier sein konnte. Ihr begreift schnell. Ihr glaubt das doch nicht, oder? Das ist kompletter Schwachsinn. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage. Es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Ich habe keine Angst vor Alexius. Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Redcliffe bleiben. Alexius weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix! Versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian. Hm. Jetzt sollen wir schon wieder zum Ratsraum anscheinend. Hier scheint es auch nichts mehr groß... Oh. Da habe ich wohl zu früh gesprochen. Schräge Schneide. Gewöhnlicher Dolch. Und die Wasch ist Adalas. Sind beide jetzt nicht so die tollen Dolche. Das nehmen wir immer wieder gerne mit. Eigentlich hier kommen wir aber nicht rein, ne? Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Das sah auch nicht so aus. Dann wollen wir wieder raus hier. Wir können noch skillen. Wir können noch skillen. Ich glaube wir benutzen mal das hier jetzt. Das Energiesperrfeuer. Damit wir hier weiter runter kommen und den Stromleiter je mehr magische... Ja, desto höheren... Ja, das finde ich geil. Was hier? Magieresistenz minus 2 auch nicht schlecht. So, der Ratsraum war jetzt aber... Meinen die meinen Ratsraum. Also unseren von der Inquisition. Oder was? Scheinbar schon, ja. Also... So, schauen wir mal. Oder gehen wir ins Tagebuch. Boah, hier gibt es noch so viel, ne? Aber das hier... Ne. Hä? So. Kämpfe für die Gerechtigkeit. Kontakt mit den Templern. Das hier ist es. Das gedämpfte Flitzt. Dann kehre zum Ratsraum zurück, ja. Müssen wir wohl nach Haven. Aber solange wir noch hier sind, in den Hinterlanden, kann ich noch die Quest mit dem Geister schnell machen. Und die hier noch. Und dann reisen wir zurück. Auch wenn es jetzt leider wieder ein bisschen Fahrt rausnimmt. Die Story, aber jetzt können wir uns anscheinend entscheiden. Gehen wir zu den Magiern. Aber ich finde die Magiergeschichte jetzt schon viel interessanter, muss ich sagen. Musik 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 . Bis zum nächsten Mal.